Sorry, mein Fenster ist gerade auf, ist gerade ganz, ganz doll warm. Sorry, aber ich muss gerade ein bisschen lüften. Ist ultra warm, aber die neue Wohnung, die neue Wohnung, ultra geil, Leute. Danke, dass ihr mir sowas wie die neue Wohnung ermöglicht und so. Big Baba Bubu, danke schön für den Support. Aber ich sage euch ehrlich, ist ultra heiß hier ganz oben, aber dafür habe ich halt, ist halt geil hier die Lage und so. Ich feiere das halt voll. Ich kann mich halt viel besser auf die Arbeit konzentrieren. Ja, ist ultra geil. Big Baba Bubu, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ja, Leute, sorry, auf jeden Fall, das ist gerade ein bisschen lautes und so. Ich habe neue Settings. Ja, da draußen wird gerade geschossen. Ist eine geile Lage hier, aber hier oben bin ich auf jeden Fall sicher.